Worüber reden Männer, die gern über Fußball reden, um auch mal in ihr zu spüren und die anderen auszuschließen, eigentlich jetzt hat sich schon ein neues Thema durchgesetzt. Worüber schreibt jetzt die Reiseschriftstellerin? Wen animiert der Animateur? Legt man beim Kaufen Geld jetzt immer auf den Teller hin? Schneiden wir weiter selber oder gehen wir wieder zum Friseur? Kommt das Grundeinkommen oder kommt der Überwachungsstaat? Fahren wir wieder mehr mit Auto oder nur noch mit dem Rad? Und worüber reden Männer, die gern über Fußball reden, um auch mal in ihr zu spüren und die anderen auszuschließen, eigentlich jetzt hat sich schon ein neues Thema durchgesetzt. Kann man Tango-Tanzen wirklich online lernen? Vertrauen wir Wissenschaftlern voll und ganz? Sieht irgendjemand Streams und Watch-Partys denn wirklich gern? Wollen wir weiterhin 1,50 oder weniger Distanz? Muss man bei jedem Unglück Chancen für die Zukunft attestieren? Haben wir denn jetzt gelernt, auf Krisen gut zu reagieren? Und worüber reden Männer, die gern über Fußball reden, um auch mal Nähe zu spüren und die anderen auszuschließen, eigentlich jetzt hat sich schon ein neues Thema durchgesetzt. Vielleicht Technik oder neue Trends im Netz? Kommt das Grundeinkommen oder kommt der Überwachungsstaat? ertappt man Immobilien-Spekulanten jetzt auf frischer Tat? Und worüber reden Männer, die gern über Fußball reden, um auch mal Nähe zu spüren und die anderen auszuschließen, eigentlich jetzt? Auch die Champions League hat ausgesetzt, der Lieblingsspieler ist nicht mehr verletzt. voted for như Schuss in den� Kopf zu erfordern. Fertig ist nicht mehr verletzt,